Mit der richtigen Musik bist du immer gut drauf, du tanzt gerne und am liebsten mit deinen Freunden? Als Team bist du mit deinen Mädels und Jungs unschlagbar? Dann komm her und sei am Start mit deinen Freunden, erlebe das Tanz-Event des Jahres, den School Dance Battle 2012 hier in Düsseldorf. Alles unter dem Motto Power statt Promille, zeig uns deinen Power Move. School Dance Battle 2012! Hey, hallo, willkommen hier im Tanzhaus NRW. Geht's euch gut? Wir von VigoZone haben heute einen wunderbaren Event für euch. Power statt Promille, wie der Name schon sagt, ganz klar. Sieg ist Willen, Kampf ist Geist, Tanz, das ist worum es hier geht und nicht sich wegkicken mit Alk, aber das wisst ihr sowieso schon. Du willst beim großen Finale im März dabei sein? Das ist ganz einfach. Dreh mit deinen Freunden ein Video, das euch beim Tanzen zeigt und lade es hoch auf GegoZone.de. Die Jury entscheidet, ob du bei der nächsten School Dance Battle im Tanzhaus NRW dabei bist. Dann ist das deine Bühne. Hier zeigst du und deine Freunde, was ihr drauf habt. Gewinne das School Dance Battle 2012. Alle weiteren Infos unter VigoZone.de. Auf dem ersten Platz, Passion! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.